jawohl junge hier sind leute bei mir hier sind leute bei mir ja ich habe keine muni wir sind hier oben lol ich habe beide ich habe einfach mit dem rocket land ich habe einfach hallo leute und herzlich willkommen zu einer der ersten runden fortnight die wir hier gespielt haben ich spiele hier mit dem weiß zusammen ist ein guter kollege von mir ja war einer unserer ersten runden wir wollten uns einfach mal das game angucken ist ein free to play game battle royale erinnert ein bisschen an player announce battleground ich packe euch den link dazu mal einfach in die beschreibung wer bock darauf hat kann das spiel auf jeden fall angucken ich wünsche euch viel spaß damit und bis zum nächsten mal haut rein sind die leute mit uns ja doch zwei zwei richtige huren ja aber die sind oben da ist nix wir haben hier den tower ja ich habe die ich habe die shotgun ja lass direkt weiter der oben ist eine crate drinne lass mal hoch bauen ja zu spät nein auch mann die wichser sind oben ich lasse die nicht die crate die haben ja keine waffen denke ich meine ne ne da wird nichts sein drauf ich mal was brauche ich für so eine treppe ich habe hier aber auch ein bisschen holz einfach wir war keine great waren shotgun aber Hauptsache die kriegen sie nicht ha providers da und kriegt oder wie bist du hierung encontramos Nene, ich bin einfach runtergerutscht irgendwo Ah, hier Okay, hier oben ist auch noch eine Crate Okay, ich brauch dann mal irgendwie eine Waffe von dir Falls du so viel hast Ich kann dir eine Shotgun geben Ja, da hab ich zwei von Was ist das denn hier? Deckenzapper Ach, das ist das Teil, was an die Decke knallt und wenn einer reinläuft, kassiert er Ja Ja, hab zwei Shotgun Loot Lake, wo haben wir da hinten hin, wo wir vorhin auch waren So, warte, 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 ich hab hier eine gute Crate noch Eine wirklich gute Crate, alter Erstmal ins Krankenhäle Wollen wir da hin, wo wir auch vorhin waren, bevor wir eben gestorben sind Ja, warte Komm mal her Ich kann dir eine grüne Shotgun geben Ich hab grüne Shotgun, aber ist gut Achso, diese, die hier, die ich auch hab Ja Okay Ach, hier war eben unser Fight, Junge, diese scheiß Bäume, ich fick euch Ja man, jetzt dafür wird er gefällt Hallo, wir brauchen Waffen Keine Zeit für Bäume fällen hier Ja, aber wir brauchen noch Holz zum Bauen Nö Nein, das Bauen ist ja sehr wichtig Hey, lass doch hier runter, wo ich hingehe Ja, wenn da noch was liegen sollte Kann natürlich gut sein, aber äh, wir sind ja sowieso irgendwo da hoch Hier ist nämlich nichts Lass mich raten, bei dir auch nicht Oh, lol Justin Ja, zwei Leute Close Ja Äh, einer kommt Warte Er kommt hoch Er aimt auf dich Lass ihn, lass ihn kommen, lass ihn kommen Er geht rechts rum Ich cover hinten Er ist da noch dort Dort Beide? Mhm Okay Ich bin jetzt über die andere Halle gekommen hier Hallo, E-Bims Die hatten halt auch nur so ne dreckigen taktischen Schroflitten, ne? Wir haben die hier, dieser Sturmgewehrsalbe Die kacke, die hatte ich eben auch schon Besser als nix Warte mal Was hab ich denn hier gesehen Raketenmunition Hab ich auch Zwei Stück Ich hab 24 Schuss Kann ich Muni jobben? Warte mal Ja Komm her Geil 28 Danke Ja, ich hab auch nur 30 Deswegen Ja, wo wollen wir hin? Da, wo ich markiert hab oder was? Jo Keine Ahnung, wo du markierst hast Aber machen wir Oh, mein Hetz ist vom Kopf gefallen Oh Mein Ohr gekratzt Oh, da läuft einer Ja Ich hab keine Granaten geworfen Wir schießen gleich Das waren die Einer oben aufm Ja, tot Tot Das war halt Sehr schön Nimm dir den Trank Ich hab auch schon einen Einer oben aufm Tod Einer oben aufm Tod Gönn dir Gönn dir die dicke Sniper Alter Bisschen Munition bräuchte ich vielleicht mal Ja, kann ich schon gleich gucken wie viel ich hab Ich bräuchte Warte, wie mach ich eben mit auf? Welche Waffe? Was ist denn das hier? Leichte Patronen brauch ich nicht Ich brauch schwere Patronen Ne, mittlere Mittlere, glaub ich Oh, hier läuft einer Justin, Achtung Move, 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 move Okay Wer ist da eliminiert? Oh, muss nachladen Down Junge 105 Damage direkt auf dem Brustkorb Kann ich jetzt hier irgendwie auch anders looten oder? Das ist ja scheiße Warte, du hast ein Raketenmeer? Warte, ich kann die Munition jobben Goll Äh, mittlere Patronen Danke Wie viel hast du jetzt? Äh, jetzt habe ich 60 Schuss Okay, ich hab 30 Aber ich hab ja noch Scharfschützengewinze Ja, ich hab nur noch Schrotflinte Und irgendwie so ein anderes Ding Ich hab zwar dieselbe Waffe Fällt mir grad auf Ja, aber am besten nur einmal dieselbe Waffe Halt die Fresse Oha Da oben bauen sie Snipe sie weg Oh, schwach Justin, schwach Ich weiß nicht, wie ich da ein muss Einfach drauf Okay, bisschen höher Oh, der war knapp Oh, der war knapp Oh, der war knapp Mein Junge, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht Oh, doch nicht Sniper an der Treppe links Aber wir müssen in die Zone Oder her Komm Komm Ne Ey, hier laufen zwei Leute Direkt vor mir N Die kommen auf mich zu Die kommen auf mich zu Die aimen auf dich Also die aimen in deine Richtung Hier unten im Wald Hier unten im Wald Warte mal, der hat von da oben ist kaputt gegangen Ich glaube, die sind runter gefallen Die Leute, die habe ich gesehen. Die Naden. Die haben Hex an. Kannst mir nicht erzählen. Ich guck, ob ich irgendwen sehe von ihm. Einer Knockout. Der ist fast down. Also der braucht noch ganz wenig. Ja down. Hast du nachgeladen? Ja. Oha, komm lass in die Zone. Von wo? Sollen sie hinter uns schießen? Hinter uns? Hm. Seiten gegeneinander. Sollen sie machen? Soll ich mal hier luschern? Wollen wir machen? Das ist aber risky hier oben, Alter. Oh, fast runtergepurzelt. Alter Vater. Ja, vorhin, ich weiß nicht, ob ich das kaputt geschossen habe. Ich glaube schon. Äh, war es wieder runter. Ja. Ich habe die ganze Zeit einfach da drauf geschossen auf die Plattform und nicht auf den Spieler. Und irgendwann war es kaputt und die sind gestorben. Ja, das habe ich vorhin auch schon gesehen. Gerade wenn die was bauen, musst du nur einen Schuss setzen, dann geht das Building kaputt. Und dann kannst du den dahinter übelst wegknallen. Mal hier oben auf den Berg kommen. Gucken wir irgendwie in den Wald rein, aber sieht nicht so aus, als ob jemand kommt. Nicht, dass du rein rufst, weil wie du in den Wald rein rufst, schaltet es auch wieder heraus. Das heißt rein theoretisch, wenn wir jetzt in den Wald schießen, dann sollte die... Oh, hier läuft einer vor uns. Beim Stein. Real close. Bei, äh, zwischen 300 und NW. Hat übelste Hits. Hast du Granaten oder so? Ja, aber der Sniper. Ja, ich auch. Hm. Hat er auch schon die Sniper gezückt, du. Oha. Oh, da hinten ist ein Airdrop. Was hatte der so schön? Der hatte auch das Sniper, ne, doch nicht. Was ist das denn da für ein... Kack... Kacke... Pisse... Ah, alles Kacke hier. Wie hat er denn bis jetzt überlebt? Ich habe 105 Munition für das Scheiß Ding hier. Für was? Ja, ja. Warte, ich guck mal gerade, wie man das vielleicht aufteilen kann. Oh. Ne, so nicht. So, das was du, alter. Hm. Der wollte hier auch irgendwie... Mal Architekt werden und dann wurde der geschlagen oder so. Junge, guck mal, siehst du den Airdrop? Hm. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Junge, was ist er denn für... Oh, rechts oben, rechts oben, wo wir eben standen. Hat ein Headshot ist down. Also ausgenockt. Sein Maid baut sich da ein kunterbuntes Haus, alter. Und was macht der denn, alter? 55? Wir sehen. Ey, ich habe gerade übelste Legs, alter. Sehr schön. Boah. Ich habe noch 20 life, ich brauche nicht. Der Typ war stressig, alter. Wir brauchen das dicke Mad-Kit hier. Das geile ist halt, Junge, dann feiere ich immer so. Einfach die ganze Zeit so schießen, schießen, schießen. Und dann wechselst du so zu der Sniper. Boah, tot. Also ein nice feeling. Ich dachte, ich habe 8 Kills. Ich habe dir mal gar einfach so einen dicken Header gegeben, ne? Also seinem Kollegen. Da träumt er übermorgen noch von. Hm. Ich geh mal so ein bisschen auf den Air-Drop. Machen ein bisschen um. Okay, ich komm. Ich habe eine Ska. Gönnst dir den Loop, ne? Oh, da oben zwei Leute. Siehst du wo? Nee. Auf dem Berg. Komm, hier. Auf SW. Welche Richtung? SW. SW da, ich habe ihn gesehen. Boah. Ja, komm, ein bisschen Death. Head glitschte etwa. Ich habe den Sniper Schiss eine Millisekunde nach ihm abgesetzt. Also der hat auch einen Sniper. Fuck, ich muss die Zone rufen. Ja, komm, hier. Bei mir hinter den Stein. Ich habe Angst, dass von rechts jemand kommt. Ja. Links haben wir eliminiert, das ist ja alles gut. Junge, Air-Drop. Dann war Cover hinter. Oh mein Gott. Ich habe ihm Hit gegeben. Oben 63. Ich habe eine dicke goldene Sniper. Der ist runter gesprungen. Pass auf. Tot. Das ist eine goldene Autosniper. Ja, dann hoffe ich mal. Ich glaube der Typ hatte auch so eine. Hier, snack dir die. Die ist krass. Hier, halbautomatisches Scharfschützengewehr. Oh mein Gott, ist die krass. Ja. Äh, 285 irgendwo. Gegen Bunker. Jo. Da laufen sie. Der läuft unten. Hast du ihn gesehen? Naja. Nach rechts weg. Äh, 2 gegen 2. Jo. Oh, wir müssen move'n. Einer unten. Ich weiß nicht, was er mit ist. Vielleicht auch. Solo. Oben. Komm mit? Jo. Was ist das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Mager. Nun sie macht's beim Schutz. Da direkt vor uns. Am Stein. Ich würd von ihm was angehltet. Ja, von ihm. Am Stein. Sein Mate ist, äh, nackt. Da hab ich. Bleib liegen. Alter. Ja, schön in der Aufnahme, Junge. Mhm. Ja, einfach zu Augen bei Musik drunter. Am Stein. Das. 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 Das ist irgendwas zum Schmeißen. Hä? Der ist nicht am Stein. Knockt. 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 Ja, wo ist der letzte? war genau ein bisschen zum rennt oder so ich gucke auch die ganze zeit ja man